Hey Leute, bevor das Video losgeht, wollte ich euch noch sagen, dass das Video nicht von mir ist, sondern von dem Zuschauer, von dem Suchpanda, der ist natürlich verlinkt, könnt ihr ruhig mal abchecken bei ihm, er macht auch meistens Black Ops 2, soweit ich weiß und ja, würde mich freuen, wenn ihr ihn auch abonnieren würdet. Das ist ein Best of von meinen Black Ops 2 Seiten und ja und seid bitte nicht verwirrt, wenn ihr am Anfang Black Ops 3 kommt, da kommt am Anfang nur ein Text und danach kommen erst die Ausschnitte mit Black Ops 2, also nichts wundern, wieso der Black Ops 3 kommt, das ist ein reiner Black Ops 2 Best of. Jo, ich hoffe, es gefällt euch so wie mir und viel Spaß mit dem Video. Jo, ich hoffe, es gefällt euch so wie mir. Jo, ich hoffe, es gefällt euch so wie mir. Jo, ich hoffe, es gefällt euch so wie mir. Jo, ich hoffe, es gefällt euch so wie mir. Jo, ich hoffe, es gefällt euch so wie mir. Jo, ich hoffe, es gefällt euch so wie mir. Jo, ich hoffe, es gefällt euch so wie mir. Jo, ich hoffe, es gefällt euch so wie mir. Jo, ich hoffe, es gefällt euch so wie mir. Jo, ich hoffe, es gefällt euch so wie mir. Untertitelung. BR 2018 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 Ich will dich zerstören. Easy. Naja. Ich habe aber heute schon ein paar Stunden gezockt, also brauchst du dich nicht wundern, wenn ich dich etwas rassiere. bei Sponchrap geht einfach immer noch. Hey, mein Controller. Mann. Nein, weiß er nicht. Was ist bei dir loszumachen? Wie schnell kann ich die zocken, Alter? Ja, gegen Ray damals hat man gar keine Chance. Ja, doch schon, Digga. Man hat's schon, aber... Hey, hast du... Bist du nicht sonst immer genauso gut wie ich? Eigentlich ist es schon, aber irgendwas wird gerade nicht. Oh, alles klar. Ja, ich bin eingezockt und du nicht. Vielleicht ist es ja das, oder? Und jetzt hat der Nuklear gegen dich reißt. Dann kannst du sowas vom Verkaufen gehen. Ja, Digga. Man ist ja von der Session 3 aus. Ich stelle sie direkt auf Ebay für 50 Euro. Ich habe by the way halt versucht, dir meinen Elgator anzuschließen, Digga. Ich bin so ausgerastet bei der Scheiße. Ich glaube es mir nicht. Ich muss mein Kopf... Ey, Junge, halt die Fresse! Du Bastard, Alter! Du bist so ein Frucht von Alter! Was hast du alles mit dem Account gemacht? Hattest du Klantek und Wild Leben? Das habe ich wohl gesehen. Und das du Gary angenommen hast. Was hast du noch gemacht? Sei ehrlich. Du kannst du nicht machen. Du kannst du nicht machen. Was ist es denn? Hier ist jemand on. Hier ist jemand on. Den habe ich noch gar nicht in der S.A. gab. Was hast du alles gemacht? Guck in deine Klasse. Der kann ich so nicht. Du Hurensohn. Du bist Gay-Code-Nascher. Was ist das für Klasse, du Hurensohn? Code-Nascher-S. Ey, Junge, dann vertraut man einen. Dann ändert man dann keinen Account. Also nicht die Daten nach. Tschüss, ich habe zwei Level höher gespielt. Ja, das ist korrekt. Aber der andere, kack, da könnte ich ausrasten. Was geht ab, YouTube? Und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf Fake Racers Kanal. Ja, Leute, ihr merkt schon, dass ich bin nicht Justin, ich bin jemand anders. Ja, ich übernehme heute für Justin ein Commentary. Und zwar hat er mich gefragt, oder wir sind so auf das Thema gekommen, so hat er mich gefragt, naja, Digga, hast du Bock, einen Commentary für meinen Kanal aufzunehmen, so ein Video? Meinte ich natürlich, ja, klar. Ist mir eigentlich so eine Ehre, bei einem Gruß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.